tachchen hallo und herzlich willkommen zu watchdogs part nummer vier robert ist am stüssel ich bin der co-kommentator ab geht's ab geht die kirsche so ich habe mir vorgenommen den typen platz zu fahren das nicht den da nicht rechner kann das kommt davon wenn du was sie das niederstand da gerade ja verbrechen steht immer noch da ja wir müssen jetzt erst mal hier irgendwo raus wo ist der krieger hingehört und voller kannst du durchfahren so ich wollte mir vornehmt mal ein job du musst da ins verbrechen erkannt muss ich dahin wir haben vor dahin machen wir alles klar ist der rufe es ruiniert liebt sich ganz schön und so hoffentlich sterben wir nicht ich weiß nicht was passiert wenn du nach vorne drückt habe ich da vorne lehnen ich habe es gerade ausprobiert ist passiert ein mies geburt was geht ich weiß auch noch nicht so ganz welche positionen wir einnehmen weil auf der einen seite haben wir probleme mit der polizei im spiel genau das ist mir auch noch nicht so ganz klar ob wir der held sind oder so was dazwischen da und da wird wahrscheinlich oben das verbrechen stattfinden du musst jetzt irgendwie gucken dass du da lieber da ist doch schon mal kamera nummer da ohne weil auf einer seite sollen wir jetzt hier das verbrechen bekämpfen ja das sind denke ich mal zusatz rechts unten dieser zusatz ist eine mission doch da kann was gehen allergisch gegen latex ja der tut mir leid wir brechen wahrscheinlichkeit aber da der kollege ist aber nicht genug eigentlich nah obwohl aha ja rein in kreis und direkt mit kreis kannst du ausschalten ich glaube das ist auch ein hacker gewesen fakt ist der muss auch mal kriegen ich bin ich kann er nicht schneller betten der wiegt jetzt ab die saur kreis zack boom katschen was geht hat im kollege ein porno gedreht wenn das das einzige hast du gesehen wie der hieß Cicinho und damit schöne grüße an den Cicinho so wo ist er da ist er da rechts war Cicinho links der im roten der Cicinho da Cicinho Balamut was geht so next die Karre ist noch genehm Platz da so was wollen die fixer auftrag mach runter drücker genau ab geht die Kirsche ich fand das Moped cooler ja aber damit legst du dich einfach viel zu oft auf die Fresse finde ich so was gibt es hier das kann ich an den dann gehst du mal dahin und sagst mal jo was geht tacheles hier nicht das Auto muss so schnell wie möglich geliefert werden mit minimalen Schäden das ist doch genau mein Ding und ich habe ein paar gute Abkürzungen mit so wenig Schäden wie möglich so schaffst du dich das Fahrzeug jetzt fahr nicht mit dem Auto dahin äh das schaffen wir ja so ne alter bitte 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 nee ist er nicht ist er nicht ist er nicht das ist ja so eine richtige Dreckskarre ja ja gleiche Karre die wir gerade hatten ja besorgen ja besorgt hast du es ja besorgt also wenig Schäden wie möglich ne so Wegpunkt wo ist denn der kollege alter links links aber wo wenn wir gelb oder rot ah da tatsächlich der der kollege so wenig Schäden ich bemühe mich tipp mit vier kannst du die Ampel halt auf grün schalten wenn du siehst ja da braucht es nicht äh vier Karrier nicht oh wir haben auch einen Zeitdruck ja ist das so ne Minute ach kein Problem von der Roberts hier hoch wenn er verging ich geklatscht so was ist hier los hat sie wieder unterwegs echt wie hupse das war nicht ich scheinbar scheiße die Grafik also auf dem auf dem Dings auf dem L3 oder ja achso ich dachte da wäre jetzt noch irgendwas ey so Platz da ist aber auch ne Dreckshupe ehrlich ja was ja war so so wenig Schäden wie möglich ne dann das wird ja wohl jetzt nicht toll wir schaffen die das nächste Fahrzeug Alter lauf 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 die Zeit läuft die Zeit läuft ups wie stecke ich den L1 nur geh rein drück hier den Knopf oder drück einfach mal runter oh da auf geschisse so schauen wir mal das ist aber ein weg geht acht streifschuss wo gearbeitet wenn es eng wird drückst du er drei alles klar jetzt wo ich da was wir noch mal ja 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 das ist mir schon direkt eingefallen nicht verbunden ach ich bin irgendwo am arsch der welt passt nicht zu lange weil ich drücke doch nicht mehr hier du musst du noch mal drücken was ist das für ein ton ist einmal rot grün am rast die erste brücke die wir dann mal gediegen hoch aber nicht 25 das ist schon mal ein unterschied guck mal na wie denkt damit rot einmal bitte immer einmal mitgehen alter wie lange 32 aber nicht 5 4 3 2 1 3 2 1 habe ich da alles gesagt der boss mission beendet übrige zeiten im sekunde 52 besten liste ab geht's was können wir denn machen hier willst du mal durchsetzen da kannst du ja raus das ist ja nur das gleiche immer sowohl sie ist wie weit bist okay aber wir haben ja auch nichts mehr müssen wir nicht jedes mal machen wir müssen jetzt mal gucken dass wir mal eine hauptmission richtig das war eigentlich auch mein plan sieht man die denn hier in der net du kannst dich da hast ja haben wir eben gelesen gehen noch mal zu deinem auf die karte ja und dann gehst du mal unten auf da auf unser versteckt wo es nicht links das heißt da kannst du mit viereck direkt hin okay macht aber deine bärmeln fragt mich jetzt nur ob die zeit jetzt auch großartig verstrichen das sieht so aus wir hatten nämlich gerade noch tag ja und so das machen wir jetzt mal eben nicht eben wir suchen jetzt mal eine hauptung gehen wir zu dem blauen ding da unten auf der karte genau das spreng ding na ja 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 rechts lang habe doch l1 schon längst gedrückt und sie hat der hältst du hältst gedrückt so weg das ding ne schick dein ding mal wieder in die tasche ja komm war jetzt nicht so cool wie es eigentlich hätte sein sollen eigentlich ja so guck mal mach das mal mach das mal was denn da reiseführer mit dir so müssen wir nicht machen weiß ich nicht mache jetzt erstmal ich laufe jetzt erst mal hin zu den blauen kollegen wird erstmal die nutzung so was haben wir denn hier ja das ist obwohl wie man spielt ja das mal hören ja geht doch mal runter und will aus recht ist dick also töten sie die invasoren die zeit abläuft weil sie sich mehr punkte ok sollte klar sein wissen wir wollen wir mal ne ja ja ist doch klar jetzt bin ich mal gespannt oder 1 mit der zwei schießt nur zwei zielen er zwei ok ich müsste ja mit l2 direkt automatisch darauf ziehen tut aber nicht da sind meine cod skills wieder bestätigt worden ach es kommt direkt noch eine zweite will also das ist ein mini game dann so gesehen denke ich doch sehe ich doch wie du das erkennen konnte ist robert ja aber das wird ich will jetzt mal eine hauptmission haben so langsam alter ist nie los verdammt scheiße wenn das ding kein trecker wie sie hat jetzt kommt wenn der drei ja gespannt gut dass ich nicht aufgehen kann glaube ich mal da links zu den power ups das dicke ding da also die port jetzt war weil ich war das kacke das war langweilig viel zuschauer weißt du die feiern meine videos wenn ich das hochladen weil ich dann mal scheiße bauer was die sparen scheiße die ganze zeit du bist voller in bunds spiel zu lassen kaputt machen da soll leben diese diese dinger musst du einsammeln alter ich bin nur darauf aus die dinger irgendwie platz zu machen und ja aber du brauchst du noch vier wochen übrigens rechts von dir rückstoß von alle fanden ja ach so besten dank wenn er jetzt darüber hübsst kann die will das hatte ich auch vor natürlich ich bin ja gleich tot hier scheinbar ja weil du fünf von fünf leben hast sammeln die dateile mal lieber ein was auch mehr schuss ich würde trotzdem versuchen ich weiß vielleicht ja schwer so ein bisschen zu eben richtig ja ich würde es noch mal gerne noch mal machen so guck fortschritt mal aber wo ist das teufel sind die haupt ja das ist wirklich kacke gewesen jetzt gehen wir mal zum kreditkartenautomaten ja das war in der folge zu müssen noch ein bisschen geld machen ja dein verhandlungslevel ist übrigens auf 1 jetzt warum weil du kacke waren neue sehnsüchtigkeit in der nähe interessiert nicht das wurde hinterher hinterher fick ihn locker hallo ich habe gedrückt gedrückt halten ich drücke so feierabend nicht noch mal ein bisschen pistolen wo ich so da holt ihr die p9 habe ich stecken bitte was soll dieser hey ich habe dich gelobt junge so jetzt wurde der kreditkartenautomat hier rechts um die ecke aha ja was können wir da nicht machen heck heck ja dann gehen wir mal von automat zu automat würde ich sagen easy money was ist da links wo das wo das häkchen ist das häkchen schauen wir mal was ist das da warte 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 das kann man alles sprengen aber wofür ist die frage da sind wahrscheinlich nur wenn dich jemand und links war auch immer so ein teil ja ok aber hier ist das häkchen ach das ist die sehenswürdigkeit hm wir gucken mal was wir in der nächsten folge fix kriegen genau zu ihrer ersten Altmeldung ja jetzt lang brauchen wir nicht würde ich sagen brauchen wir nicht geschenke so ok das heißt also das ist auch wieder wir haben nämlich den kleinen zipp bekommen dass man so ein bisschen auch diese nebenmission machen soll weil dadurch bekommt man punkte die können wir jetzt noch eben verteilen wenn du mal da raus gehst und dann nach hoch drückst genau fähigkeiten bäumchen ja haben wir da irgendwie aber einen punkt was wollen wir denn genau einen punkt hätten wir jetzt rückstoß oder oder hat er mir denn da waffenwechsel oder ruhiger arm mal 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 so was sagt die uhr die uhr sagt schönen guten tag schönen guten tag sagt die uhr also die uhr will mich quasi alles klar ja du sagst was auch dann geh du jetzt noch eben hoch legt dich hin dass wir bei tag wieder anfangen weil im regen möchte ich nicht spielen auch der arme herr ich bin halt ein schön wetterspieler ich merke das schon ich weiß nicht wofür man die ganzen kleinen sachen sowie diese kleinen was weiß ich anlagen da sprengen kann ich meine ja wenn du mal irgendwie so ein typen verfolgt oder so ja ja ist ja gut so wo wirft sich hin ich möchte gerne um 10 uhr wach werden 10 uhr doch 10 uhr ist eine schöne zeit für ein let's play und ja gute nacht schlaf schön bis morgen ich trainiere meinen elm